Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu Borderlands Pre-Sequel, die Folge 1. Die ist nämlich in Deutschland nicht verfügbar und in einigen anderen Ländern auch nicht. Das liegt daran, dass einige Passagen ganz am Anfang von Borderlands Pre-Sequel bestimmte Szenen enthalten, bei der Musik abgespielt wird, die eben gesperrt wird oder die eben, ich sag mal, drittanbieternden gehört scheinbar. Und deswegen wird das Video einfach automatisch direkt für diese bestimmten Länder gesperrt. Wenn ihr aber Proxflow oder Proxtube hieß es damals habt, dann könnt ihr das trotzdem problemlos gucken. Und ich haue euch dafür einfach den Direktlink in der Anmerkung, die einfach auf dem Video draufgeklatscht ist. Also ihr müsst einfach nur auf den Bildschirm vom Video draufklicken oder eben auf die Anmerkung. Dann seid ihr direkt bei der ersten Folge. Und in der Videobeschreibung werde ich es auch noch kurz reinschreiben, damit ihr da auch wirklich die erste Folge ansehen könnt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der ersten Folge von Borderlands The Pre-Sequel.